das können wir sehen ich klicke oben auf x hat man noch gesehen wo die bildschirmaufnahme gelaufen ist hahaha ja jetzt ist die herzfrequenz bitte wo 27 war da sieht man das wie denn bitte möglich das läuft alles auf remote aber wir können es hier auch überprüfen ich habe noch eine uhr dran neben dieser buchuhr äh die sind neben diesem buchband hoho immer mal hier hin da ist dies die frage wieso ist hier was ich hab die uhr immer dran truppe schuld doch mal mit trocken truppe schuld ich hab die gestern aufgeladen vielleicht können wir das erkennen oder vorgestern truppe schuld truppe schuld da habe ich auch nichts gemacht soll zeitraum 9 uhr truppe schuld eine überraschung auch für die polizei oder haben wir selbst seit wann soll das gewesen sein ab wie viel uhr direkt ab null oder nein doch truppe schuld haben die hacker die alles auf remote laufen lassen was truppe schulde neun stunden aber wir können dann mal kurz auf hama schauen k von einem uhr uhr die umbarmel von 155 ist hier was zu sehen warum nicht zuvor die kürchen steht da oben ich glaube man ist dann das echter oder turm war mir studiert es war ja auch schlaufer sind die behindert nickerchen oder von zwei bis acht oder zwei bis neun war mit dem es war vielleicht ist aber ich glaube dies können wir von dickerchen schlaf wandeln hoch du mach mich tot ich klicke auf wandeln auf schlaf warmest du können wir sehen wo ich hinblick sehe jetzt aber erst vorhin gerade erst gesehen nach können wir die sehen damit ich dort tatsächlich hin klicke und die dinge markt screenshot wieder die zeit konnte ich nicht verschieben und somit konnte ich jetzt jetzt auch nicht beenden diese aufnahme somit sind wir jetzt auf einem welchen bildschirm dort ist tot können wir sehen die obame ist tot jetzt kann ich auch die zeit die polizei glaubt mir ja ja auch die ur auch die sprechding ist kann verschoben werden ich habe doch das gerade umgewandelt oder ins schlaf da ich habe ha ha es geht es wieder nicht wir sind vorhin gerade noch hingewiesen worden worauf jetzt kann man sehen damit ich drauf klicke ha 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 es ist auch dies nicht mehr jumba aber das kann ich machen jumba ist es ist wieder jetzt könnte ich das beenden jetzt kann ich auch die zeit verschieben genau auf umwandeln weil das war jetzt vermutlich draus gemacht warum weil ich in den letzten zwei tagen mal am nachmittag gepennt hat weil ich was nicht anbieten konnte der schlaufe von der schlaufe von der schlaufe und das ist um war nicht tot für hohe 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 ja jetzt können wir sie nicht verschieben doch mal mit um die zeit hätte auch nicht können wir nicht beenden die tun wir haben jetzt all jetzt wieder schon doch mal mit stutt hey die zeit haben wir nicht verschieben können schon war mit stutt also dann seht ihr das hier ist es bei der bildschirmaufnahme zum sehen oder auch nicht ich kann ein foto machen zwei weißfotos aber die polizei und so glaubt mir oder du mach mich tot in dem zeitraum hier ist das bootband einmal verboten verschwunden und man ist tot vom sechsten 27 quasi bis achten aber ja die verlorene zeit oder woher nicht gemacht wird die ist durch die vierzehn tage verlängerung wieder eingeholt worden aber wie wir gesehen haben wechselt hier der bildschirm es heißt doch nicht die die rechner oder die smartphones woher geschaltet sind das ist beim pc ist genau das gleiche polizei aber ja nicht mit aktivitäten zusammenhängender stress wie kann es noch eindeutig gezeigt werden die man nicht tot und polizei was ist das hoher stress 7 stunden ich lag mich tot 14 stunden nachdem ich habe 14 stunden nachdem wir sind gar nicht immer ein tag oder damals 24 stunden glaube ich nicht hier wieso aber hier nicht wieso aber hier nicht ist es erklärbar für jemanden für mich nicht wieso aber hier nicht das ist komisch hier wird 24 stunden war aber vor allem bei einer sicht auch hey wieder nichts verschieben können wieder monitor change schon war mich tot hey aber jetzt in dem gleichen direkten zuge kann ich wieder etwas verschieben dann muss ich also gemerkt werden oder ja schreck mensch wenn man nicht schritt polizei ich meine wie weit lohnt sich dieses alle allein schon wegen dieser ermessung sicht aber könnte ich jetzt wo ist denn die tagesicht schritt 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 polizei aber jetzt habe ich herausgefunden wie ich es schafft damit dieser erwähnte stillstand wo wir gesehen haben schritt schritt jetzt machbar ist schritt 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 wo finden wir es heute hier steht heute die hohe herzfrequenz ist auch nichts wo ich etwas drüberfahren sehen kann ich brauche die tagesanalyse von wieso gibt es in der woche monat und 6 monate so ja ok wieder war diese sicht jetzt schritt 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 polizei was sagt diese zehn minuten werde ich abspeichern als was ja wieder schritt ich soll so jetzt sind zwei verschiedene handys einmal das hier jetzt geht es wieder das verschieben schritt schritt polizei schritt 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 ja geht es wieder nicht hat man ja gesehen gott sei Dank auch auf der bildschirmaufzahlung gehe ich davon aus die striche oder mit dem ziehen ja jetzt geht es wieder ha ha ich brauche die tagesanzeigen gut wenn das so nicht geht dann bin ich froh damit dieses test abo beendet ist weil sowas brauchen wir ja nicht schritt polizei komisch aber ich erinnere mich damit einmal am tag war dabei ein tag war dabei wo ich den einen tag konnte sehen oder mach mir schritt übersicht hier war es auch nicht oder ja Polizei. Hey wieder! Warte mal mit! Jetzt ging es aber erst zum Anschluss. Hat man hoffentlich gesehen, oder? Warte mal mit um. war ich heute schon draußen? Nein, war ich nicht, haha, dumm, war mir stot, wäre er aber fast, die Sicht, dumm, war mir stot, wieso können wir jetzt wieder, ist das ein Neuaufladen, oder, der Sicht, nochmal, okay, ich sehe mal wieder was, habt ihr es jetzt gesehen, dumm, ist es tot, dumm, ist es wieder so Wochensicht, dumm, ist es tot, jetzt kann man die einzelnen Tage nicht anklicken, aber, ja, dumm, war mir stot, was soll das jetzt, okay, also die Aufladung erfolgt auf jeden Fall jetzt schneller, dumm, war mir stot, dumm, war mir stot, dumm, war mir stot, was ist hier lustig, dumm, war mich stot, das war der auch, was ist lustig, aber, dumm, war mir stot, dumm, der hat ein exportierendes klo die er für die 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 Jetzt sind wir schon bei 13 Minuten, bei diesem Video. Ich meine, von Leistung kann man nicht reden. Ja, aber bevor, wenn das neue Handy angeschaltet wird, dann machen wir nur erstmal die Uhr zum Beispiel. Wird die Statistik geladen? Du bist tot. Du bist tot. Du ist tot. Du bist tot. Du bist tot. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das heißt, du Bastard, du langst nichts von mir an. Eine gewisse Tagesbilanz konnte ich jetzt nichts erkennen. Ja, so wie das hier ja fast schon besser ist. Wo wir die Herzfrequenz sehen. Und dann war es sehen können. Hier brauchen wir jetzt eine Kamera im Zimmer, oder? Um zu erkennen, ob hier wieder eine Spritze war. Aber hier war gar kein Aufstieg, bevor der Fall kam. Und nach dem Absturz kam nicht direkt ein... Da habe ich glaube ich nicht gepennt, oder? Niemals. Und dann war ich tot. Ja, gegebenenfalls eher ein Duschen, oder? Nein, nicht. Da habe ich aufgepennt, da auch, oder? Dann war ich tot. Auf eine Wende, danke.